Alle ready? Jo! Dann bist du tatsächlich wahrscheinlich gehackt worden. Hast du mal deinen E-Mail-Account geguckt, ob du eine Mail gekriegt hast von denen in letzter Zeit? Hm, da ist nix. Nö, also ich hab hier nix gekriegt, ich hab auch grad mal reingeschaut, da ist auch nix drin. Ich bin da. Ich auch. Ich auch. Irgendwas? Jo! 3, 2, 1, go! Down! Meiner auch. Noch nie alle sterben da unten, ne? Wieder alle da. Was ist denn dein Problem, Tobi? Hast du dein Passwort nicht mehr oder wat? Ja, das Passwort kenn ich ja, Bruno. Ich bin da. Ich hab dir E-Mail-Account eingegeben. Ich bin noch nicht da. Ich versuch mich bei der E-Mail-Account. Spaß. Es ist halt immer wieder die gleiche Fehlermeldung. Ich bin da auch. Und ich verwende dich einigen Support. Mach ich jetzt auch mal. Und er ist down. Oh mein auch. Was ist ein Wunscher. Das ist dann nicht da! Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Aber ich bin da. Michel, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Kulütenwerder. Ich bin da. Ich bin noch. Kommen wir? Ne, warte mal. Ja, ok, drauf. Ne. Sorry, ich dachte du warst da unten. Wer ist da? Warte, ich geh mit hin. Welcher fehlt noch? Jo. Kommst du auch gar nicht in deinen E-Mail-Dingsbums rein oder was? Auf die Seite. Mein Account? Ja, ja. Die gleiche Fehlermeldung. Bitte ans Support-Vend. Hast du denn so ein dienstiges Passwort? Nö. Ich hab meine Standard-Passwort. Das müsste eigentlich passen. Auch bei deiner E-Mail-Adresse? Das gleiche. Warte, Junge. Jetzt nicht, ich komme. Moment, warte noch. Ach, okay, Alter. Ok. Und auf. Down. Ich glaube nicht, dass dein Schar hier eingeloggt war. Sieht eigentlich nicht danach aus. Ja, ich wundere mich. Nur weil ich auf nichts draufkomme. Weder Account-Verwaltung oder sonst was. Ja. Du hättest ja definitiv eine E-Mail kriegen müssen, wo drin steht hier bla bla. Ihr versucht von FSG einzulocken. Ja, nein vielleicht. Das heißt, die hätten dein E-Mail-Account mit hacken müssen. Ja. Hast du GMX da oder was? Oder was hast du dafür an? Ja, ja. Geh nix. Ja, da geh doch mal nach GMX drauf und guck mal, ob du 5.768 Zugriffsfehler hattest oder so. Ne, ne, ist gar nix. Ich bin grad drin. Ich hab auch grad aktualisiert. Das ist gar nix. Dann kann es das nicht sein. Dann ist was anderes bei dir. Und da ist es nicht.